Denn natürlich wollen alle wissen, die mitgemacht haben. Na, habe ich den Hauptgewinn? Wie schaut's aus? Der 10. Februar 2017, die Ziehung, die Los-ID. Welche wurde denn ermittelt? Die Spannung steigt und gleich wird sie hier auf unserem Monitor, auf unserer Wand erscheinen. Da ist sie auch schon. Die Los-ID lautet 7495. Also die Los-ID 7495 und 5. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, welcher Landkreis ist der bestimmt worden? Wer hat mitgewonnen? Groß-Gerau ist es am heutigen Tag. Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Und wie viel kommt bei Rom? Schauen wir uns mal die Quoten an, die Gewinnklassen. Einmal wurden ausgespielt oder werden ausgespielt 10.000 Euro, einmal 5.000, dreimal 500 Euro. 44 mal 50 Euro, 192 mal 10 Euro und 749 mal 5 Euro. Und wir können Ihnen jetzt auch noch ein Gewinnerprojekt kurz vorstellen, das beim letzten Mal berücksichtigt worden ist. Nämlich die Gustav-Heinemann-Schule in Hofgeismar, die kriegt ihr Geld zur Renaturierung des Schulgeländes. Herzlichen Glückwunsch!